So, dann in der Bastelzeit. Heute mal wieder im IT-Sektor unterwegs und zwar mit einem Thema, was viele Leute nicht so ganz auf dem Schirm haben, auch nicht so, ja unbedingt nach einer modernen Lösung klingt, aber was einem in einigen Situationen schon mal durchaus helfen kann. Es WebDAV, das steht für Web Distributed Authoring and Versioning und das könnt ihr direkt wieder vergessen, denn heute nutzt man diese Sachen üblicherweise in anderen Kontexten. WebDAV ist dabei mehr oder weniger so eine Variante aus einer ganzen Familie von DAV-Systemen. Die bekanntesten dürften wahrscheinlich CalDAV und CardDAV sein. Das sind Protokolle, mit denen man in Falle von CalDAV Kalender synchronisieren kann oder bei CardDAV Kontakte. Wird zum Beispiel häufig genutzt, wenn man ein Handy mit einem Online-System synchronisieren möchte. Aber warum WebDAV? Was ist das überhaupt? Was heißt das? WebDAV ist im Prinzip eine Erweiterung von HTTP. HTTP kennen die meisten, denke ich. Das ist das, worüber man Webseiten aufruft. Aber habt ihr schon mal geguckt, wie er es ganz im Hintergrund abläuft? Dann probieren wir es doch einfach mal. Gehen wir mal auf Telnet, sagen zum Beispiel YouTube.com auf Port 80. Das ist der Port für unverschlüsseltes HTTP. Wenn wir uns jetzt hier verbinden, können wir Befehle abschicken, zum Beispiel get schräger für die Homepage mit HTTP schräger 1.0. Also einfach nur HTTP. Und dann kriegen wir hier den Quelltext von der Webseite zurück. Wenn wir noch mal ganz nach oben gehen, dann sehen wir das, was wir gesendet haben. Get schräger. Und wir sehen die Antwort. 200 okay. Und dann kommt entsprechend hier die Header und dann der Inhalt. Aber GET. Also englisches GET. Auf Deutsch abholen, holen. Es gibt noch einen zweiten Befehl, den man häufiger mal nutzt. Das ist POST. Mit POST übermitteln wir etwas und warten auf eine Antwort. Das können wir mal testen. Ich bin jetzt hier auf YouTube und hier können wir mal F12 drücken. Da geht in den meisten Browsern so eine Entwicklerkonsole auf. Und dann mit einem Punkt Network, wo man im Prinzip alles sehen kann, was an Netzwerkanfragen hier rein und raus geht. Jetzt auf Sign-In einmal klicken. Dann sehen wir jede Menge Anfragen. Im Prinzip aber hier die erste. Das ist die wichtigste. Und wir sehen Request-Methode GET. Also genau dasselbe, was wir eben auf der Konsole gemacht haben. Nur entsprechend mit deutlich mehr Daten, die hin und her gehen. Wenn wir jetzt hier Test eingehen, und auf Next klicken, sehen wir hier kommt wieder eine Anfrage. Und die, die ist jetzt vom Typ POST. Das ist das, was ich gerade erklärt habe. Wenn wir Daten an Webseiten übermitteln, in vielen Fällen läuft das über POST. Man kann es eingeschränkt auch über GET machen. Aber gehen wir mal davon aus, wenn ihr irgendein Formular absendet, ist das POST. Und wir sehen hier auch eine Payload. Das ist das, was wir gesendet haben. Irgendwo in diesem ganzen Kram müsste dann auch die Info sein, dass wir den Benutzernamen Test eingegeben haben. Ja, ja. Hier oben steht es ja. Da ist auch unser Test. Das sind die, die man meistens sieht. Es gibt aber noch ein paar andere. Wenn wir nämlich hier mal in die Request-Methoden reingucken, bei Wikipedia zum Beispiel. GET hatten wir ja schon. HET ist im Prinzip nur, gibt mal die Info, aber nicht den Inhalt. POST hatten wir. Aber hier, was haben wir denn hier noch? PUT. Etwas an eine Stelle legen. Hm. DELETE. Löschen. Auch interessant, ne? Die anderen, die sind für uns jetzt erstmal nicht relevant. Aber PUT und DELETE und GET. Ha. Ja, klingt doch so, als ob man damit was anfangen können, wenn wir irgendwo was ablegen wollen, oder? Wir können mit PUT sagen, lege mal hier diese Inhalte bei dir ab. Wir können mit GET sagen, gib mal diese Inhalte wieder zurück. Und wir können mit DELETE sagen, lösche mal die Inhalte. Das ist ja im Prinzip fast wie so ein Dateisystem, oder? Ja, so zwei, drei Sachen, die möchte man vielleicht noch haben. Was ist, wenn wir zum Beispiel eine Datei kopieren wollen? Sicher, man könnte jetzt hingehen, könnte sagen, hier GET, gib mal die Datei und danach PUT, lege die Datei an einem anderen Ort wieder ab. Das wäre ja im Prinzip kopieren. Das hieß aber, wir müssen die ganze Datei bei uns einmal runterladen und dann wieder hochladen. Wenn man deutsches Internet hat, dauert das im Zweifelsfall halt etwas länger. Und an der Stelle, da setzt dann WEBDAV an. Da wird nämlich dieses HTTP ohne ein paar Befehle erweitert, die uns da helfen. Unter anderem Überraschung Copy. Mach mal bitte diese eine Ressource oder Datei an den Ort zusätzlich. Das läuft dann intern vom Server ab und wir müssen nicht alles übertragen. Außerdem MOVE, wenn wir es umbenennen wollen, verschieben wollen, auch eventuell sinnvoll. MK-COL, ja, Create Collection, also known as Directory. Wir können also ein Verzeichnis anlegen. Das ist ein guter Punkt. Das hatten wir bisher ja auch noch nicht. Wir konnten ja wirklich nur Inhalte irgendwo hinlegen mit PUT. Und wir sehen, hier sind noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Log Unlock, womit wir eine Datei in einen Zustand versetzen können, wo kein anderer drankommt. Das nutzt man zum Beispiel, wenn man Dateien bearbeiten möchte und verhindern möchte, dass da jemand anders gleichzeitig Änderungen macht, wo man sich gegenseitig seine Daten überschreibt. Und die anderen ignorieren wir jetzt mal. Aber im Prinzip haben wir jetzt hier alles, was wir brauchen. Wir können Daten hinlegen, wir können Verzeichnisse managen, wir können löschen. Dann klingt alles so wie ein Dateisystem. Aber warum eigentlich? Weil es gibt ja schon Dateisysteme, die über Netzwerk arbeiten, oder? Ja, klar. Ich denke, die meisten von euch kennen SMB, den Server Message Block, aka Windows-Freigaben. Oder was auch noch recht verbreitet ist, ist NFS, das Network File System, das häufiger dann auf Unix-artigen Systemen zu finden, also zum Beispiel unter Linux. Beide sind gute Lösungen, können aber Nachteile haben. Denn zum einen, sowohl NFS als auch SMB haben erst relativ spät sowas wie Verschlüsselung dabei bekommen. Das ist inzwischen zwar schon lange draußen, dass auch die sinnvoll verschlüsseln können und keiner eure Dateien mitlesen kann. Aber dadurch, dass es halt früher nicht drin war, ist leider die Nutzung von Verschlüsselung in der Realität nicht immer gegeben. Das heißt also, kann unsicher sein. Und es kommt noch was Zweites dabei. SMB und NFS, das sind separate Protokolle mit separaten Ports. Das heißt also, wenn ihr eine Firewall habt, die irgendwelche Datenverkehre rein und raus blockiert, dann ist es recht schwer, da SMB zu machen, weil das muss man erstmal freischalten. Wohingegen WebDAV, naja, setzt sie auf HTTP auf. Und HTTP funktioniert mindestens mal ausgehend eigentlich überall, weil ohne das könntet ihr keine Webseiten aufrufen und wenn man ein PC an ein Netzwerk anschließt, ist es meistens so, dass ihr alle Webseiten im Internet aufrufen könnt. Dazu kommt, dass die meisten Leute, die Firewalls verwalten und so auch sich mit dem Protokoll HTTP auskennen. Die wissen, okay, Port 80, Port 443, wie wir hier sehen, das ist unverschlüsselt und verschlüsselt. Das ist klar, wie man das freigibt. Bei SMB, zumindest in älteren Versionen, und auch bei NFS, da war es teilweise so, dass dynamische Ports ausgehandelt wurden. Das ist dann deutlich komplizierter gewesen, das dann sinnvoll in der Firewall zu pflegen. Passen wir mal zusammen. Mit WebDAV hat man ein Netzwerkdatei-System, was auch recht gut über Internet funktioniert. Gerade wenn man HTTPS nutzt, hat man auch eine gute Verschlüsselung. Die Techniken dahinter sind weit bekannt und üblicherweise auch als soweit sicher klassifiziert. Wie gesagt, HTTPS für die Verschlüsselung oder auch sowas wie Basic Auth, einfach für Benutzernamen Passwort. Das ist etwas, was überall genutzt wird. Das funktioniert und hat relativ wenig Fehlerpotenzial. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal über dazu. Wo kriegt man denn WebDAV überhaupt her und wie benutzt man das? Also setzen wir uns mal so einen WebDAV-Server auf. Ich habe hier ein Debian laufen, Debian 12.5 jetzt aktuell. Geht aber auch ähnlich mit so ziemlich jeder anderen Linux-Distribution. Hinweis, wenn ihr etwas aufsetzen wollt, guckt bitte bis zum Ende. Es gibt da noch ein paar Alternativen, die eventuell sinnvoller sein können. Das Ganze läuft wie gesagt über Web-Server. Das kann man mit einem Apache oder einem Nginx machen. Ich mache es jetzt hier mal mit einem Nginx, da der inzwischen nach dem, was ich so mitbekomme, eigentlich beliebter ist. Dafür gehen wir also hin, installieren Nginx und Nginx Extras. Wir sehen jetzt hier, dass er alles zieht. Unter anderem auch hier diese Lib Nginx Mod, also Module HTTP DAV Extension. Das ist das, was wir am Ende benötigen. Ist nur extra drin. Bestätigen das einmal. Sagenhafte 27 Megabyte. Ich glaube, das können wir verschmerzen. Und dann können wir auch direkt mal gucken, dass das alles geht. System CTL Status Nginx. Jo, der scheint gestartet. Das heißt, wir dürften jetzt eigentlich auch, wenn wir auf die IP gehen. Jo, welcome to Nginx. Also unser Web-Server klappt schon mal. Wenn ihr das Ganze real betreibt, würde ich euch noch empfehlen, ZertBot zu installieren und euch damit dann ein Let's Encrypt-Zertifikat für HTTPS zu holen. Alles auf HTTPS umzuleiten. Da gibt es eine Menge Anleitungen. Ich verlinke unten auch. Denn ansonsten sind eure Sachen unverschlüsselt. Das heißt, nicht nur eure Dateien könnten mitgelesen werden von jedem, der dazwischen hängt, sondern auch eure Zugangsdaten. Und prinzipiell möchte man heute eigentlich alles, was man irgendwie betreibt und was nicht lokal auf demselben Rechner liegt, mit Verschlüsselung betreiben. Also zum Beispiel HTTPS über Let's Encrypt. Wie gesagt, ich lasse es jetzt hier mal weg. Diese Kiste hier, dieses Test-WebDAV, das läuft lokal auf meinem Laptop hier, auf dem ich auch aufnehme und den Browser habe. Und es sind alles nur Test-Zugangsdaten. Deswegen lassen wir mal so. Aber bitte nicht nachmachen. So, wir können jetzt hier schon mal gucken. Nginx-V. Jetzt sehen wir hier, was er alles kennt. Unter anderem kennt er ein... Da ist es doch. HTTP-DAV-Module ist also installiert. Haben wir eben ja auch schon gesehen. Dann würde ich sagen, wir bauen uns mal etwas, wo wir arbeiten können. Dazu benötigen wir etwas, wo wir die Sachen ablegen können. Ich mache jetzt mal hier unter war ein Ordner Daten. Da sollen die Daten am Ende hin. Und wir brauchen noch ein Verzeichnis für temporäre Dateien. Das mache ich mal unter war TMP-WebDAV. So. Beide sind angelegt. Beide müssen dann am Schluss auch für den Web-Server beschreibbar sein. Der läuft noch mal als www-data. Also chown www.data. Doppelpunkt www.data. Für, was hat man immer gesagt, war Daten und war TMP-WebDAV. So. Changed Ownership von Root, als dem wir ja hier gearbeitet und angelegt haben, auf www.data. Das heißt, diese Ordner gehören jetzt dem Web-Server. Der Web-Server darf alles da lesen und machen. Ansonsten, wenn wir mal uns die Dateirechte angucken, die sind jetzt hier standardmäßig auf 7, 5, 5. Also der Web-Server darf lesen, schreiben, ausführen. Alle anderen Benutzer vom Rechner dürfen lesen und ausführen. Respektive bei Ordnern heißt ausführen den Inhalt sehen. Eventuell wollt ihr das später mal ein bisschen runterkürzen. Das heißt also zum Beispiel über ein chmod 700 auf die Ordner. Das ist wahrscheinlich am Ende die sinnvollere Idee. So. Was wir jetzt noch benötigen, das ist etwas, wo wir unsere Passwörter drin speichern. Wer schon mal mit einem Web-Server eine passwortgeschützte Seite gemacht hat, der wird den Spaß ja kennen. Um die Passwort-Datei oder Datenbank anzulegen, gibt es ein Tool, was man von Apache übernehmen kann, nämlich htpasswd. Das ist ganz praktisch, weil das legt euch die Datei direkt passend an. Wie wir sehen, ist nicht da. Müssen wir erst installieren. Das ist im Paket Apache 2 Utils unter Debian. Wie wir sehen können, das installiert wirklich nur die Utilities und nicht den kompletten Apache Web-Server. Also ich denke, das ist erträglich, wenn wir uns das von da borgen. Und dann machen wir ein htpasswd. Beim ersten Mal minus c für create, bei weiteren nicht mehr. Dann, wo soll die Datei hin? etc-enginx-webdav.passwd nennen wir sie mal. Und dann ein Username, zum Beispiel bit. Jetzt können wir das neue Passwort eingeben, bastelei. Und jetzt haben wir hier Edit Password für User bit. Wenn wir hier reingucken, webdavpasswd, haben wir auch hier einen entsprechenden Eintrag der User bit mit diesem Hash hier als Passwort. Okay. Wenn wir mehr User anlegen wollen, geht das natürlich auch. Wie gesagt, beim nächsten dann nicht mehr minus c, sondern einfach nur das hier. Und dann können wir hier auch dem bit, dem Adlerweb das geben. Edit Password, wenn wir reingucken. Jetzt haben wir eine Zeile für bit und eine Zeile für Adlerweb. Klingt gut. Als nächstes müssen wir unserem Webserver beibringen, dass er auch webdav sprechen soll. Okay. Klingt jetzt ein bisschen komplizierter. Dazu müssen wir uns erstmal die Webserver-Konfiguration holen. In meinem Fall ist das Sites Enabled Default. Wenn ihr auf anderen Distributionen seid, kann es auch sein, dass es direkt in der Nginx-Conf liegt. Oder je nachdem, womit ihr gearbeitet habt, dass es unter Sites Enabled eine eigene Konfiguration für HTTPS gibt. Geht auch. Am Ende müssen wir unseren Server-Blog finden, wo die Webseite ausgeliefert wird. In meinem Fall ist das die hier. Server mit der Listen-Address 80, also Port 80 auf IPv4 und V6. SSL ist bei mir jetzt hier nicht konfiguriert. Und hier sehen wir auch, aktuell wird war www.html ausgeliefert. Okay. Hier gehen wir hin und machen eine zusätzliche Location hin. Aktuell haben wir nur die Location schräger. Da steht halt drin, ja, guck mal nach, ob es die Datei gibt. Eventuell als Ordner. Und wenn nicht, dann ist das ein 404, also Datei nicht gefunden. Wir wollen einen zusätzlichen. Wir nennen den Ordner Def. Da legen wir gleich alle Dateien rein. Machen uns hier unseren Abschnitt. Und hier müssen wir einiges machen. Das erste ist alias. Da kommt nämlich jetzt rein, wo liegt denn unser Ordner, wo die Dateien sind. Das ist in meinem Fall var-Daten gewesen. Dann brauchen wir einen Pfad, wo wir die Temp-Dateien ablegen. Das ist der client-body-temp-path. Der war var-tmp-web-def. Dann, was wollen wir zulassen? Und als nächstes müssen wir sagen, wer dran darf. Ich würde sagen, wir machen mal ein auth-basic. Also Benutzernamen und Passwort. Das Ganze nennen wir mein File-Server. Und das User-File war schräger etc-enginex-web-def.passwd. Okay. Hier fehlt noch ein Semikolon. Damit ist das alles geklärt. Last but not least. Wir wollen, dass alles satisfied ist. Also, dass nur Bündnutzer mit User und Kennwort rankommen. Okay. Okay. Wir können das Ganze hier auch noch einschränken, indem wir bei Allow zum Beispiel sagen, okay, mach nur Allow von 192.168.178.0 schräger auf 24. Wenn ihr zum Beispiel nur das Netzwerk von eurem Router daheim erlauben wollt. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil heute will man eigentlich IPv6 nutzen. Das ist in vielen Fällen effizienter und macht weniger Probleme. Aber die meisten Internetanbieter geben euch keinen festen IPv6-Präfix. Das heißt also, das intern auch zu hinterlegen, wird dann eher schwieriger. Entsprechend lasse ich das jetzt hier mal weg. Das Ganze hier ist natürlich nur eine Grundkonfiguration, so als kleines Skelett mit Standardsachen. Wenn man es produktiv nutzen möchte, guckt mal in so Beispiele. Gerade so Sachen wie HSTS oder sowas. Das will man wahrscheinlich dann durchaus haben. Als nächstes machen wir da mal ein Restart vom Engine X. Und, oh, failed. Was haben wir denn falsch gemacht? Ah, hier habe ich einen Tippfehler drin. Das kommt davon, wenn man da nicht aufpasst. Versuchen wir das nochmal mit dem richtigen Wert. Dann sieht das schon besser aus. Wunderschön, unser Webserver läuft. Im Prinzip heißt das, wir können jetzt hier unseren Browser aufmachen. Schräger DAF. Schräger. Ja, das sieht schon mal besser aus. Wir bekommen unser Login-Fenster. Was ja korrekt ist. Wir haben ja angegeben, wir wollen mit Benutzernamen und Passwort. Wenn wir jetzt hier auf Abbrechen klicken. Jo, Authorization Required. Klingt richtig. Umfug eintippen. Kommt direkt das Login-Fenster wieder. Weil er sagt, nö, ist nicht. Und wenn wir jetzt mal das Richtige eintippen. Also Bit und Bastelei. Dann Fehlermeldung. Aber wenn wir mal auf der Konsole auch im Log vom Nginx gucken. Das ist relativ einfach zu erklären. Das Ding versucht jetzt halt Webbrowser Dinge zu machen. Und der Webserver sagt ja eine Liste mit einem Webbrowser abrufen. Das ist nicht. Deswegen kommt die Fehlermeldung. Aber prinzipiell. Wir sehen ja. Er hat uns angemeldet. Auch hier vorne. Da steht entsprechend Bit als Benutzername. Also die Anmeldung hat funktioniert. Und im Prinzip. Da war es das Ganze jetzt schon. Wir haben jetzt hier einen funktionierenden WebDAV-Server. Und können entsprechend hier unsere Daten ablegen. Und später wieder abrufen. Jetzt müssen wir nur rauskriegen, wie wir da wieder dran kommen. Unter Linux hat man da die Qual der Wahl. Die meisten Dateibrowser, die sollten das eigentlich nativ können. Ich habe jetzt hier Kaya. Das ist eigentlich so aus der Gnome-Mate-Ecke. Da kann man einfach STRG-L drücken für Location. Also um irgendeinen Ordner zu öffnen. Und statt einem Ordner geben wir jetzt hier oben ein DAV-Doppelschräger. Beziehungsweise DAV-S wäre es, wenn er mit HTTPS arbeitet. Verschlüsselt. Danach der Hostname oder die IP-Adresse. Dann hatten wir DAV gesagt. Drücken Enter. Kriegen dann wieder eine Login-Aufforderung. Bit und Bastelei waren ja unsere Zugangsdaten. Und jetzt. Hey, wir haben einen leeren Ordner hier. Kommt ja hin. War ja bisher nichts drin. Können jetzt hier entsprechend einen Ordner anlegen. Können eine Datei anlegen. Das sieht schon mal alles ganz gut aus. Wenn wir dann auf den Server gucken, dann sehen wir hier auch im Blog, was er so alles gemacht hat. Head New File. Put New File. Prop Find. Also die Eigenschaften von der Datei suchen. Ein Move, weil ich einmal umbenannt habe. Und ja, jetzt gibt es dann halt einen Test. Und auch wenn wir in den Ordner auf dem Server reingucken. Diesen war Daten. Da, wenig überraschend, sind jetzt hier unsere Dateien drin. Unsere Testdatei und Untitled Folder, den wir gerade angelegt haben. Im Dateibrowser kann man den Ort natürlich dann auch in seine Bookmarks ziehen. Dann hat man ihn auch beim Speichern und Öffnen immer greifbar. Und kommt dann so jederzeit an seine Daten. Wenn man es nicht über die GUI machen möchte, sondern ein bisschen, nennen wir es mal statischer, dann gibt es auch eine Lösung, nämlich DAF FS2. Das ist ein Programm, muss man erstmal installieren. Sollte eigentlich bei fast allen Distributionen über den Paketmanager erreichbar sein. Und was man dann machen kann, ist einfach ein Mount, minus T, DAF FS. Dann die Adresse, wo das Ganze hin soll, sprich die URL. Und dann der Ordner, wo es hin gemountet werden soll. Was jetzt? Das Ding hier fragt uns jetzt nach Benutzernamen und Kennwort. Danach bekommen wir hier noch eine Warning, weil Logs nicht supported werden beim Server. Das soll uns jetzt prinzipiell mal nicht stören. Und wenn wir jetzt hier in den Ordner reingucken. Jo, da sind unsere ganzen Dateien, die wir eben angelegt haben. Wenn es dauerhaft sein soll, geht das Ganze natürlich auch automatisch. Dazu gibt es erstmal die Datei ETC DAF FS2 Secrets. Da müssen wir die Zugangsdaten drin speichern. Wenn man das Ganze automatisiert haben möchte, möchte man ja nicht Benutzernamen und Kennwort von Hand eintragen. Dazu einfach eine neue Zeile machen. URL, Leerzeichen, Benutzername, Leerzeichen, Passwort. Das Ganze dann speichern. Natürlich aufpassen, dass die Datei von keinem außer Root gelesen werden kann. In jedem Fall ist das jetzt der Fall. Das sieht schon mal gut aus. Danach können wir die Datei ETC FSTAP bearbeiten. Das ist die Datei, wo drinsteht, was ihr so an Dateisystemen in eurem Rechner habt. Auch da neue Zeile. Und wir machen jetzt die URL nach schräger TMP schräger DAF. Ja, ist eine dumme Idee, ich weiß. Zum Testen reicht es. Dann RW für Read Write. User. UID ist gleich, sagen wir mal 1000. Das ist die von meinem normalen Benutzer, dass der dann am Ende auch Schreibrechte hat. Auto, das ist automatisch beim Starten gemountet wird. Und jetzt haben wir das Ganze hier drin. Wir jetzt unseren PC einschalten. Wird also DAF FS automatisch gemountet. Wir kommen da jederzeit wieder an unsere Sachen. Zumindest solange wir ein Netzwerk haben. Auf Windows sollte das Ganze auch noch funktionieren. Dazu geht ihr auf dieser PC. Also den Arbeitsplatz. Dann oben auf Computer. Und hier gibt es ein Add Network Location. Geht neuer Wizard auf. Den einmal durchklicken. Custom Network Location. Und dann die entsprechende Adresse eintragen. Das heißt also HTTP oder HTTPS. Dann die IP oder der Hostname. Und schräger DAF hat mir gesagt. Ihr habt jetzt hier einen Hostname benutzt, weil die IP nicht von der Kiste hier erreichbar ist. Theoretisch sollte das Ding euch dann nach Benutzernamen und Kennwort fragen. Bei mir hat das nie wirklich funktioniert. Es gibt dann noch den Hinweis, dass man teilweise die Registry bearbeiten muss. Aber selbst da dieser integrierte Windows Client, der ist nicht unbedingt stabil. Würde ich also eher von abraten. Wenn es Windows sein muss, versucht es besser mit freier Software wie zum Beispiel WinSCP. Da klappt das Ganze wahrscheinlich sinnvoller. Wir gucken WebDAV mit TLS. Hostname, Benutzername, Passwort, Login. Und wenig überraschend funktioniert das Ganze dann auch besser. Und wir sehen die Dateien, die wir abgelegt haben. Ist nicht ideal, aber sollte zumindest funktionieren. So, jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Ich hatte nämlich noch gesagt. Ja, es gibt auch noch eine Alternative zu einem Nginx oder Apache als Web Server mit WebDAV Unterstützung. Und das ist Nextcloud. Ja, Nextcloud. Die unterstützen auch WebDAV. Mal in die Anleitung gucken. Steht hier auch genau die Adresse, die man eingeben muss. Example.com Nextcloud, also die Adresse zu eurer Nextcloud. Dann schräger Remote.php. WebDAV Files unter neuer Benutzername. Weiterhin sind hier in der Anleitung auch viele Clients beschrieben. Wie man zum Beispiel unter Mac OS X oder Windows oder zum Beispiel auch, was ich eben gezeigt habe, mit Linux darauf zugreifen kann. Eventuell wird da eine oder andere jetzt aber sagen, Moment mal, was soll denn das überhaupt? Denn es gibt ja die Nextcloud Sync Clients. Also eine App für den Desktop oder für Mobile, mit der man Nextcloud normalerweise verwendet. Warum nicht die? Nun, die Grundlage, warum man das machen möchte oder nicht, die kommt immer auf den Anwendungsfall an. Denn eins muss man sich im Klaren sein, diese Desktop-Apps hier, das sind Sync Clients. Das bedeutet, wenn ihr Internet habt, geht dieser Client hin und synchronisiert die ausgewählten Ordner von der Nextcloud auf eure lokale Festplatte. Und genauso auch andersrum, wenn ihr lokal auf eurer Festplatte was ändert, werden die Daten zu Nextcloud übertragen. Das hat natürlich Vorteile. Wenn ihr zum Beispiel gerade in einem Bereich seid, wo kein Internet ist, die Daten liegen auf eurer Festplatte, ihr könnt also ganz normal weiterarbeiten. Es birgt aber auch Risiken, insbesondere dann, wenn ihr mit mehreren Geräten arbeitet oder gar mit mehreren Benutzern arbeitet. Dann kann der Sync Client da aus dem Tritt kommen, kann nicht mehr sauber synchronisieren und im schlimmsten Fall kann das zu Datenverlust führen. Der DAF-Zugriff hingegen, der läuft direkt. Das heißt, ihr kommuniziert direkt mit dem Server. Es gibt eventuell lokalen Cache, aber wenn ihr die Datei öffnen könnt, könnt ihr sicher sein, dass ihr die Version habt, die gerade auf dem Server liegt. Also kein Risiko, dass ihr veraltete Daten habt. Es kann immer noch dazu kommen, dass ihr euch gegenseitig Sachen überschreibt, weil Nextcloud unterstützt kein Locking. Aber ich persönlich denke, dass das Risiko zumindest geringer ist. Dieser Punkt ist aber gleichzeitig auch der Nachteil, denn wir arbeiten auf dem Server und wo kein Server, da keine Daten. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass ihr gerade mit dem Zug durch die Gegend fahrt. Mobilfunk ist kurz weg und ihr in der Zeit, wo kein Mobilfunk da ist oder Internetzugang irgendwo durch, könnt ihr halt auch nicht auf die Dateien zugreifen, die auf diesem WebDAF drauf liegen. Ja, was man am Ende nutzen möchte, kommt ganz auf eure Anforderungen an. Die können ja komplett unterschiedlich zu meinen sein. Ich benutze WebDAF, wie gesagt, hauptsächlich bei Sachen, wo ich übers Internet zugreife, einfach weil es sehr angenehm ist, nur HTTPS benutzen zu müssen als Port. Nicht wirklich viel an Zusatzsoftware zu benötigen, das macht das Ganze einfacher. Allerdings, wenn ihr im lokalen Netz seid, SMB und NFS sind in vielen Fällen deutlich effizienter, können höhere Geschwindigkeiten erreichen, dafür dann komplizierter zu konfigurieren. Eventuell auch was ganz anderes, was ich zum Beispiel ab und zu auch noch genutzt habe, ist SSHFS, einfach weil man da keinen Server braucht in dem Sinne, sondern man kann Daten von jedem beliebigen Linux-System, was eine gängige Toolchain installiert hat, da zugreifen. Leider meines Wissens nicht mehr gewartet, aber kann halt auch manchmal ein wichtiges Werkzeug sein. Aber wie gesagt, kommt auf eure Anforderungen an, probiert es einfach mal aus. Ich hoffe einfach, dass es hilft, wenn ihr WebDAV zusätzlich zu den großen, die man wahrscheinlich eh schon kennt, auch mal ein bisschen auf dem Schirm habt. Denn wie gesagt, ich finde es für manche Situationen eigentlich ganz angenehm. Denn zumindest mal für meine Anwendungsfälle tut das Ganze, was es soll. Das war's, wenn wir jetzt nicht. Ich hoffe, dass es nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Und ich bin nicht. Ich bin nicht.